Moderne Hernienchirurgie wäre ohne Kunststoffnetze heutzutage nicht denkbar. Das Ziel einer Hernienversorgung ist der Verschluss der Bruchlücke und die Rekonstruktion der Verhältnisse so wie sie früher waren. Die Netze dienen zur Verstärkung und Stabilisierung der Bauchdecke. Meistens haben die Patienten zusätzlich noch eine Bindegewebsschwäche. Hierzu sind die Netze gedacht, die zusätzliche Stabilität bringen.